hallo und herzlich willkommen bei dead by daylight ja und mit dabei ist wieder oder vielleicht auch nicht und der satschen hallo drei stunden auch fertig drücken wirklich wie waren es sinkt am laufenden band und quatsch da habe ich gesagt können wir spielen jetzt mal das spiel wer zuerst redet hat von der arrivade muss ja dann da habe ich dann gesehen dass jetzt aber bis dahin wahrscheinlich so einfach wie lange wir gedrückt haben und ich habe jetzt gerade ich gedacht ich wäre ganz allein 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 lassen die mich hier auflaufen unglaublich kein problem ist bei mir weißt du schon was für ein killer es ist warte da wird es vielleicht kommen achso vielleicht lässt du ja nicht von der lobe sagst du mir bitte wenn du entkommen bist weil dann kommt er nämlich bestimmt zu mir ich bin jetzt gerade ich habe jetzt über die hälfte schon geschafft vom generator ich habe gerade fertig naja hat mich ganz dahinten kommst du raus nö er bringt mich rund in den keller oh nein drei vierte und klatsch ja ein generator habe ich angemacht meine lieben du bist bist du bei satschen nö ich habe gerade den generator schnitt zu ende gemacht er ist weg jo ich komm er kommt wieder ich hoffe onkel kommt auch mit nö ist wieder weg ich bin auf dem weg bist du am rennen onkel na klar besser droppen er ist wieder da er ist wieder weg er ist irgendwie jetzt leicht in der nähe wieder ja ich habe herzklopfen herzklopfen wird leise ich weiß nicht mehr du hast gerade ganz nah an mir vorbeigelaufen ist einer bei dir? nein komm er rennt mir hinterher er hat mich pass auf er kommt runter nicht in den schrank verstecken Rewander bist du verrückt ist gut ist gut ist gut bleibt im schrank bleibt im schrank bleibt im schrank bleibt im schrank vielleicht denkt er ich bin ja da und dann wenn er gleich hängt dann hängt er ist er weg ach du bist sofort tot jo oh nein ich lieg hier oben ich bin schon fast aufgehoben wenn du jetzt fix hochkommst Rewanderin der kommt wieder zurück schnell 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 der kommt zurück der kommt jetzt wieder in den keller pass auf ich lieg hier im gras direkt neben dem haus siehst du mich er kommt genau zu dir Rewanderin ganz kurz drücken hau ab Rewanderin laufe dein Leben hat er dich? hat er aber gut gemacht hat er gut gemacht geh zur anderen Rewanderin links links geradeaus jetzt genau da kommt er kommt zu dir ist der noch hinter mir? ja der kommt jetzt zu dir scheiß oh oh er hat mich geschlagen er hat mich geschlagen die Sau die will mich ich bin dann komm mal wieder problem ist ihr liegt da doof rum ja geh hier geh zu ihr oh ich bin auch noch eine Falle nein ehrlich jetzt komm und er kommt zu dir los 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 ja ich versuche mich ja zu befreien und lauf lauf er geh doch oh er hat sich nicht befreit und jetzt wiggeln so schnell wie du kannst ja gut das war's gg alter schwede da war eingehauen der Keller das war eine kurze Abfertigung ich versuche nochmal zu fliehen vielleicht klappt es ja na warte einmal vielleicht kann ich mich noch raus micheln bleib mal ganz ruhig ich gehe jetzt hier so weit wie möglich in die hinterste Ecke dass er mich weit genug tragen muss ne ich muss schon leer das zu drücken also ne er kommt zu dir deine Richtung Onkel er ist links von dir da ist nämlich ein Haken genau vor dir nach aber da hat er ihn reingehangen ja ich soll nicht frage der bringt mich um ich glaube der hat den Perk dass er einen sehen kann ich glaube auch drei Perks hat er gehabt mindestens er steht genau vor mir aber sieht er mich nicht oder was doch er wartet ja bis die eine da stirbt ja doch das macht sie jetzt extra was machst du denn jetzt Onkel? ja weg von dem Haken unten du gehst ja zum Haken da hängt doch jemand ja da oben ist ja auch ein Haken auf dem Berg du gehst ja nicht vor dir ach na eben das ist das Trickschwenn mich jetzt ausbluten komm ich Digga fürst schneller und geh schneller schneller da war ich doch schön wie schnell soll ich noch? gleich fertig komm 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 alter der hat uns dominiert aber ohne Ende leck mich am Arsch ja der hatte ich krass war der drauf der Junge mal gucken was der Level der hatte und was für Parks das interessiert mich jetzt aber wirklich man ok was hat er ja brutale Stärke der war echt gut ja Herbis Rauschen brutale Stärke deine größere Stärke erlaubt die Abwehr einer deiner Opfer zu durchbrechen zur Störe heruntergefallene hinterlose 30% schneller ok Herbis Rauschen schalte Polizial die Augen ähm die Augen der Überlebenden werden dir angezeigt für die Dauer von 6 Sekunden wenn die Augen ach so heimtückisch ok das ist das mit denen wo der stehen bleiben kann und unerbittlich ja gut aber pfff ist jetzt nichts dabei dass er mich jetzt hätten entdecken können mit irgendeinem Perk ok liebe Freunde Rivano macht den Schluss jo liebe Freunde ich hoffe es hat euch Spaß gemacht war auf jeden Fall eine Killerrunde der hat uns alle umgebracht aber ist gar kein Problem ich freue mich wenn es weiter geht und dann schauen wir mal dass wir mal wieder alle abhauen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Ciao Halli hallo hallo ich meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight nach stundenlangen fertig klicken hat der Rivano der Sargen Müller und ich es endlich geschafft Moinsens Katastrophe war das Katastrophe meine lieben Freunde aber jetzt sind wir da ja und der Geist ist es jo das bimmelt hier ja bimmelra bammelra bum 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 ich bin beim Bus falls einer da in der Nähe ist gerade Bus bauen ich bin auch beim Bus wo bist du? ich bin hinten in der Ecke boah der hat mich jetzt boah das Ding hat mich jetzt echt gerettet so dann werde ich meine neue Fähigkeit mal einsetzen da sehe ich dich aber guten Tag da so fertig ich komm mal hinterher ähm und zwar die Haken manipulieren oh yes gut hier ist keiner aber ein Generator und denk an die Letters ne na toll jetzt hat er mich wieder ich hatte jetzt zwar dieses dieses geile Perk hat mich jetzt doch gehettet äh du ich hab irgendwie gehört denk an die Space Taste ja hab ich nicht gehört ich hatte jetzt ja echt dieses dieses geile Perk gerettet dieses wo da mich äh das auch wenn er unsichtbar ist kommt bei mir dieses bling das sieht mich oder der guckt zu mir weiß ich immer wann er noch mehr ist das ist cool aber trotzdem hat es mich jetzt nicht vor dem blöden Idioten der hat ihn zu mir gelockt ey 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 das war ich jetzt nicht er schafft mich im Keller komm wir müssen weg er schafft ihn im Keller oh man ey das kann doch jetzt nicht schon wieder vorbei sein er ist aber weg nochmal ja wir waren da läufst du gerade kurz nein doch lauf hol ihn hol ihn hol ihn ja 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 gepacken Sport ja ja wo ist denn der unten im Keller ja also unten im Keller hier abzig ja hast du ihn ja nein gut dann kann er ja ja hab ich gut alles gut alles gut kommir du kannst mich gerne mal heilen bitte ja selbstverständlich wer bringt mich auch in den Keller glaub ich komm her duck dich duck dich duck dich mach nicht zu viele Geräusche mach's alles das kleine hässliche Geistlein boah der hat dieses verstärkte Schalzding das kann nicht wahr sein aber dieser komische Griff ja ja da hängt ja wieder einer da hängt ja wieder einer ja da bleibt für nix nicht stehen ne hehehe gleich zwei guck mal was macht der achte der macht die Dinger kaputt hat der uns gesehen ja mich natürlich wieder ah die rwano komm 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 rwano ja ich komm ja ich seh dich doch das tut nicht ach man klar komm ich du siehst mich ich komm zu dir ich werd dich retten so wie du mich da bin ich jetzt bestimmt auch in den Keller ich glaub da kommt in den Keller beim aufhängen könnt ihr raussprubben macht mit so den Scheiß jetzt er hängt jetzt los rennt rennt raus er rennt halt nicht raus ich lass den Kameraden nicht zurück ich lass den Kameraden nicht zurück oh saugeil danke ich bin weg ich bin in die falsche Richtung gerannt macht nix oh shit er ist da 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 ich bin in die falsche Richtung oh das gibt's doch nicht ey da tut man Stunden fertig drin und dann hat man 5 Minuten Spielzeit mein Gott ja ich hab grad noch nur weil dieser blöde Wicht den wieder zu mir gejagt hat diesen da am Anfang der Typ naja Menno ich such jetzt erstmal den Sarge und dass der mich heilt ist da er ist da er ist da jetzt gerade rechts er ist da glaube ich oh man ich hör die Glocken schon wieder wo ist denn der kleine Mann wo ist denn der kleine Mann der kriegt gerade neu naja der eine ist verletzt Darchen ist verschwunden hier Rivano mach nen Generator bitte ja ich such hab grad ne Kiste aber kein Bock das hat mal einer der so heult oder ist hier noch ein anderer in der Nähe naja hab grad grad aufhören Möller ich bin in einem Bus wo bist du ist der Bus bei dir in der Nähe äh nö da ich suche ja ich such Gott der ist unten im Keller ah ich hab gar zu klopfen soll ich dir helfen den Typen oder halt ab er ist wieder rausgegangen soll ich dir helfen mach nen Generator mach nen Generator ja ich hab den ja er ist weg Möller hau ab Möller hau ab Möller hau ab kannst du ihn holen oh ne 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 mach nen Generator mach nen Generator ach man das Ding ging so schnell er kommt er war nur Herzschlag er hat mich gerochen komm hab n Medipack oder oh nein der sieht mich der riecht mich er ist unter Gewamer ja ja ah keine Chance ah der lässt mich liegen ok na klar ja logisch ok der eine ist tot das ist nicht mal so doof halt dich hoch Rewano ja weil ich nur noch einmal Ditch machen muss dann machst du aber auch Rewano ja ich will erst hinter dem Gebüsch ich will nicht so mitten in der Parie liegen siehst du siehst du ein Rewano ich sehe Rewano ok ok ich heil mich hoch ja recover dich recover me oh der ist grad an mir vorbeigelaufen wow hast du das gesehen? ja ja ich glaub der hat mich aber nicht gesehen ne keine Ahnung ich denk mal schon ne der ist so doof an mir vorbeigeduschelt ich glaub nicht dass der mich gesehen hat na komm boah das dauert ja drei Jahre bis ich mich hocheile dabei hab ich nen Gatz im Buggele perk ok der ist nicht mehr mit Rewano kommst du mich retten ist so fertig ja ich hoffe du bist wirklich fertig ja wenn ich den knopf loslässt dann ist alles da weg komm schnell der kommt ich will herzklopfen mach hier kein stress los abhauen er kommt lauf um dein lauf um mein leben kommst du nicht weg mann dreckiger hobbit ich versuche wegzukrabbeln hat er dich auch er kann ich da auch rauskrabbeln mit warum das sollte ich schon mehr und mit nur noch gehen aber auch wenn du bist was zufällig nicht zufällig gesehen er hat mich schon gesehen a ja wie die lüge ja und zu spät Ja, keine Chance. Alter, das haben wir jetzt hier für Killer stehen. Dann kann ich mal aufhören. Tschüss. Ich versuche mich gerade noch abzuhängen. Auch wenn das total sinnlos ist. Ein guter Killer. Wow. Ja, liebe Freunde, und das war's. Weggelutscht. Ich klappe das Oven. Geht in den Himmel. Geht in den Himmel rein. In den Himmel. So, meine liebe Freunde, würde ich sagen, mit meinen 1800 Punkten. Boah, Alter, guck mal, der hat schon Level 5 da unten. Schattenresistent. Boah, der hat eine hellere Sicht. Eiserne Griffe auf grün und niemand entrinnt dem Tod. Du wirst von einer unsichtbaren Kraft getrieben, wenn die Überlebenden kurz vorm Entkommen sind, sobald die Ausgangstoren mit Allergie versorgt sind. Aha. Oh Gott. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Kill. Ciao. Tschüss. Tschau. Vielen Dank.